So Leute, es gibt mal wieder ein paar neue Aufgaben und zwar handelt es sich hier um die letzte Woche aus der Season 3. Eine Aufgabe davon nennt sich hier, tanze 10 Sekunden lang auf der Tanzfläche von Après Ski. 10 Sekunden lang, relativ einfach, ich werde euch zeigen, wo sich die Tanzfläche befindet. Falls euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst gerne ein Like da und doch ein Abo da, falls ihr neuer seid, würde mich sehr sehr freuen. Und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit dem Video. Wo sich Après Ski befindet, das markiere ich euch mal direkt auf der Karte, ich glaube es kommt eh keiner mit. So ganz kurz automatisch Fliegen anmachen, das Ganze befindet sich hier in der Nähe von Misty Meadow. Dort müssen wir nämlich auf der Tanzfläche 10 Sekunden lang tanzen, sollte eigentlich relativ einfach sein. Checkt auch gerne meinen Zweigkanal ab, oben rechts auf das i klicken, dort findet ihr meinen Zweigkanal. Also direkt eine Pump gefunden, sehr sehr gut, kommt am besten immer von oben rein oder macht es in der Gruppenkeile, ich denke mal da ist es am einfachsten. Das hier ist die Tanzfläche, wir müssen hier einmal dann 10 Sekunden tanzen, ist eigentlich egal was für einen Tanz ihr ausführt. Einfach ganz kurz tanzen, 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 tanzen und dann würde ich sagen, das war es mit dem kurzen Video. Das war es irgendwie so. Okay.